hallo meine lieben leute ich habe eine webcam gekauft und zwar von lenovo und die packe ich mal aus sieht ist ja eigentlich immer cool so sachen auszupacken ich finde das echt klasse könnte ich den ganzen tag machen wenn das nicht so teuer wäre den ganzen krein zu bestellen wobei teuer ist jetzt hier nicht das stichwort das ding kostet gar nicht so viel ich glaube irgendwas irgendwas um die 30 euro und viel mehr auszupacken gab es nicht ich werde die geschichte testen ich habe vorher irgendwie so eine andere von hama gehabt die hat meine herr nicht mehr so zugesagt wobei die auch gut war ich jetzt nicht schlecht reden und ich werde die mal testen und sollte sich irgendwas dramatisches darstellen wo ich sagt nie ist nicht dann würde ich mich noch mal melden ansonsten war das hier heute mein auspackvideo für lenovo webcam habt einen schönen tag und vielen dank dass ihr reingeschaut habt bis zum nächsten mal